Bitcoin erreicht zum Wochenstart knapp die 64.000 US-Dollar Marke und es sieht auf den größeren Timeframes so aus, als könnte das Aufwärtsmomentum gehalten werden. Aktuell liegt auch überwiegend viel mehr Short-Volumen im Markt, was uns natürlich hier noch helfen könnte weiter zu steigen. Ich möchte aber auf einen ganz wichtigen Graphen eingehen und zwar die Binance Top Trader, die hier erstens die ganzen Aufstiege auf über 66.000 bis 70.000 Dollar perfekt long getradet haben und dann auch nahe des Tops perfekt in Short-Positionen gewechselt haben, das mehrmals bisher in dieser Seitwärtsbewegung. Deswegen möchte ich darüber schauen, was machen diese Top Trader-Statistiken heute. Natürlich schauen wir auch über meine Trades aktuell drüber und was auch meine High-Leverage, High-Risk-Positionen jetzt gemacht haben. Nachdem ich wirklich auch Take-Profits erreicht habe, laufen da immer noch drei einzelne gesplittete Positionen mit und falls jetzt trotzdem noch alles in die Brüche geht, wo sind meine nächsten Einstiege? Denn es wird wohl eine sehr volatile Woche werden können für Bitcoin und die ganzen Märkte, denn wir bekommen den Consumer Price Index, das sind im Endeffekt die Inflationszahlen, wir bekommen die Produktionspreisindexe, was die Inflation bei den Produzenten ausmacht und somit richtet sich natürlich immer wieder die Orientierung auf die Federal Reserve für die Zinsentscheide. Dementsprechend gebe ich dir das Update genau für diese Woche. Ich lade dich natürlich wie immer dazu ein, unter den ersten 20.000 Abonnenten dabei zu sein. Richtig stark 550 Abonnenten im letzten Monat mitgenommen. Bedanke ich mich und begrüße natürlich alle, die mit uns hier gemeinsam in den Bullrun reingehen und natürlich wie immer absolute Ehrensache, ihr könnt gerne diese werbefreien Videos supporten. Ich habe natürlich immer die Monetarisierung ausgestellt und bin dementsprechend unglaublich dankbar für jeden Support über Likes und natürlich auch über Kommentare unter dem Video. Das pusht den Algorithmus natürlich am allermeisten, vor allem weil YouTube durch meine Videos auch kein Geld verdient, so wie ich im Endeffekt auch keine Werbeeinblendungen mache. Das Einzige, wie ihr mich unterstützen könnt, ist natürlich den Daumen nach oben Button da lassen und ihr könnt gerne, wenn ihr noch eine Kryptobörse sucht, die Links in der Videobeschreibung benutzen. Bitcoin selber tradet wieder auf einem ganz angenehmen Preisniveau. Wie wir das schon gesehen haben, sind in der Nacht auch die 64.000 Dollar auf manchen Börsen wieder angekratzt worden und das sieht schon mal relativ bullisch aus. Hier nur ein kleiner Hinweis. Die chinesischen Aktienmärkte haben eine ziemlich lustige Korrelation aktuell, wenn wir uns den Bitcoin-Preis dazu ansehen, wie hier der Pump nach oben gesteuert wurde. Da möchte ich später auch noch darauf eingehen, genauso auch wie über die Top-Gainer der letzten 24 Stunden, die hier natürlich mit dem Bitcoin-Preis angezogen sind. Es sind lustigerweise unter den Top 2, 4, 6, 8 Coins, 7 Meme-Coins wieder mal dabei. Gestern noch mein Meme-Coin-Video hochgeladen. Der Puffy-Token ist auch relativ stark explodiert. Da gibt es natürlich auch eine kleine Zusammenfassung. Denn vor allem diese Bewegung, die wir bei Bitcoin sehen, da müssen wir relativ viel rundherum beachten. Einerseits ist es noch auf den kleinen Timeframes erst diese Aufwärtsbewegung gewesen. Auf dem Daily-Timeframe haben wir noch nicht wirklich den Support gefunden, den wir auf den EMA-Ribbons brauchen. Bisher der letzte Versuch hier durchzubrechen war ein Fake-Out bzw. einfach ein Oktober-Sell-Off schön in den Oktober hinein, wo jeder mit High-Leverage-Long-Positionen im Endeffekt jetzt abgefischt wurde. Und was wir eben jetzt beobachten müssen, ist weiterhin, ob diese Long-Positionen unter uns noch klein bleiben oder ob das Volumen hier schon steigt. Ja, wir sehen natürlich, viele Long-Positionen gehen unter 60.000 Dollar wieder rein. Die Shorts werden rausgespült. Und ich denke, für diese Woche, wenn wir Inflationszahlen bekommen und diese deutlich nahe der 2% sind, bei einem Inflation-Reading haben wir schon 2,2% für diesen Monat rausbekommen. Das wäre natürlich optimal und würde hier natürlich einiges im Kurs beflügeln können. Wichtig ist, nicht zu viele Long-Positionen drinnen zu sehen. Und da möchte ich ganz klar auf die Binance-Top-Trader-Accounts eingehen. Wie wir das schon gesehen haben in dieser Side-Wars-Bewegung, Top-Entries, wirklich sehr gute Positionen in der Long-Richtung getradet, schön die Dips mitgenommen. Und das, was mir persönlich noch gefehlt hat, auch die Take-Profits und die Short-Positionen in den hohen Regionen ebenfalls perfekt den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich persönlich baue ja meine Long-Positionen etwas langfristig auf. Ich bin jetzt knapp mit 93.000 Dollar Long-Position alleine auf diesen Account in den Bitcoin-Kurs reingegangen. Wir haben hier eine 34.000 Dollar große Long-Position offen. Und ich persönlich sage einfach, mir ist es viel zu schade, dieses enorme Potenzial von 80, 90, 100.000 Dollar Bitcoin-Preisziehen auszulassen, nur weil ich eben kurz Take-Profit nehme und unten wieder einsteigen möchte. Irgendwann, ab einem bestimmten Punkt, wird es nicht mehr günstiger zum Einsteigen, sondern dann ist nur noch Abfahrt nach oben angesagt und dementsprechend nehme ich nicht wirklich oft Take-Profits. Das Einzige, was ich mache, ist vielleicht noch ein paar Korrekturen mitzulongen. Und hier ist eben aus dem letzten Livestream in den Oktober rein, wo es jetzt wieder Panik gegeben hat, bei 62.000 und bei 61.000 Dollar meine Limit-Position gewesen, um nochmal meine Trades höher zu skalieren. Aktuell habe ich wieder Geld nachgelegt und zwar bei den Preisen von 57.000 bis 55.000 US-Dollar. Warum so tief und denke ich, wird das ganze Preisziel erreicht? Da muss ich wirklich sagen, ich glaube nicht, dass es erreicht wird. Sollten wir aber so tief fallen gegen alle Erwartungen in einem bullischen Oktober, der eigentlich wieder bullisch dreht, dann möchte ich das einfach da unten im Chart drinnen haben. Das kann in einer absolut schnellen Kerze nach unten einfach passieren. Das kann nochmal ein bisschen zäh werden. Ich persönlich möchte dort einfach kaufen und meine Positionen ein bisschen runterbekommen. Dementsprechend Liquidation Heatmap sieht aktuell ganz gesund aus. Und ich mache jetzt nichts anderes als die Binance Top Trader Accounts. Und zwar warte ich aktuell. Diese Woche wird volatil. Entweder es bricht nach oben hin aus und wir sehen eine Fortführung dieses Aufwärtsmomentums. Oder es bricht einfach nach unten hin der Support weg. Die Käufer fehlen und wir dampen hier wirklich runter. Und so wie ich das hier sehe, sind keine großen neuen Positionen weder in Long, weder in Short gerichtet. Und ich bin echt selten auf der Warteposition. Ich gehe eigentlich immer Long. Aber hier für diesen Montag, für diese Woche gehe ich mal einfach mit den Positionen, die ohnehin schon laufen, einfach hier in die Warteposition. Und der Punkt, wo ich nochmal in meine Long Positionen rein skaliere, ist erstens bei einem weiteren Ausbruch. Denn je öfter wir hier diese Resistance antesten, diesen Widerstand, wo wir immer verkauft wurden, teilweise sogar tiefer, je öfter hier wirklich der Preis andrückt und die Sell-Orders im Endeffekt abfischt, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausbruch nach oben passieren kann. Genauso aber auch in der Verkaufsrichtung. Je öfter hier die ganzen Käufer aufgenommen werden und dann im Endeffekt der Kurs weiter abverkauft wird, irgendwann fehlt vielleicht der Kaufdruck und der Kurs bricht nach unten durch. Aktuell traden wir aber an der Oberseite dieser Konsolidierung. Und dementsprechend wären jetzt mal die Möglichkeit, nach oben hin auszubrechen, auch nicht so schlecht. Meine Take Profits, ihr seht das hier schon, sind knapp bei 80.000 Dollar und ich nehme meine Take Profits immer eine Spur vor dem technischen Preisziel. Sprich, ich habe bei 79.000, summa summarum, 79.800 schon ein paar Take Profits gesetzt. Vor allem auch die Position mit 5er Hebel, die jetzt erst so um den Break-Even-Price tradet. Da möchte ich dann natürlich irgendwo dann bald mal Take Profits nehmen. Ihr seht es, dieser Trade zum Beispiel, der hat für mich die angenehmste Position zum Halten. Hier habe ich einfach schon über 7.000 Dollar in der Profit-Seite. Es fährt noch der Rest der Position mit und das ist einfach gemütlicher im Account drin zu haben, wenn schon Profite gesaved sind und einfach noch eine Restposition läuft. Das wäre so mein Ziel bei den anderen Accounts, die ich alle habe. Und zum Beispiel auch hier werden meine Split-Positionen, die ich jetzt mit 10er Hebel ein bisschen gieriger eröffnet habe, dann im Take Profit alle einzeln geschlossen werden. Dementsprechend kurz zusammengefasst, ich warte aktuell und dementsprechend passt meine Positionierung aktuell. Was eben spannend ist und was eigentlich typisch Bitcoin und Crypto Bullrun ist, sind vor allem die Coins, die mitziehen und zwar die Altcoins, wo jetzt wirklich nur ein einziger Coin, und zwar Shoutout an Bitensor, der eine unglaubliche Preis-Performance hinlegt. Der Rest, der hier wirklich mitziehen kann und diese Performance übertrifft oder mitnehmen kann, sind wirklich nur Meme-Coins. Dieser absolute Blödsinn performt besser als der andere Blödsinn. Diese Altcoins im Endeffekt, viele Versprechen, viele technische Dinge. Ihr wisst ja, wie meine Meinung eigentlich zu Altcoins ist und warum ich so viel auf Meme-Coins setze. Gestern habe ich in einem Video einen neuen Meme-Coin dazugekauft, wer das Video noch nicht gesehen hat. Ich denke, da wird noch relativ viel Support kommen können. Und der ist jetzt auch zu meiner größten Meme-Coin-Position auf Solana gewachsen. Zum Glück hier ein bisschen den Boden mitgenommen, hat dementsprechend schon Gains gemacht. Ich muss aber eins sagen, ob es jetzt Puffy ist, ob es einer der anderen Top-Gainer ist. Ich nehme da relativ früh auch schon Profite. Ich habe zum Beispiel Popcat bei 77 und bei 71 Cent schon mit Take Profits verkauft. Und ich besitze, jetzt wo der ein All-Time-Heist tradet, nur noch 20% meiner Coins. Das Gute ist, ich freue mich auch, wenn es jetzt steigt, ich freue mich über die All-Time-Heist. Ich habe halt nicht mehr diese Coin-Mengen drin. Dafür aber schon mit Gewinnen mehr Bitcoins kaufen können. Das ist auch ganz wichtig. Ich würde hier jetzt nicht unbedingt in die absolut steigenden Kurse rein investieren. Dafür waren zum Beispiel unsere Livestreams da, als alles nach unten gekracht ist. Bitcoin gekauft, Bitcoin gehebelt gekauft und die Meme-Coins auch nochmal aufgestockt. Sprich, jetzt überall reinfummen. Ich würde jetzt nicht mehr Mock, Dog, With Head und Popcat kaufen. Genauso wenig, wie ich jetzt in Bitensor, Pepe oder nochmal irgendwie Bonk und Ordi reingehen würde. Diese Bodenkaufbasen, die sind vorbei. Und oftmals ist es so, dass eben kurz diese 20, 50% mitgenommen werden und direkt wieder gedampft wird. Das kann genauso passieren, denn was man meistens nicht sieht, sind die Wallets, die eben massive Profite mit drinnen haben. Hier zum Beispiel nur wirklich auf Popcat bezogen. Ein Wallet hat hier mit 4,36 Millionen Dollar in Popcat investiert vor knapp nicht mal einem Monat und hat jetzt 106% Return. Sprich, es gibt Wallets, die hier zig Millionen Dollar im Gewinn sind und jetzt natürlich immer verkaufen könnten. Der ist sogar höher eingestiegen als wir mit unseren Preisen und hat jetzt trotzdem 8,49 Millionen Dollar im Wallet. Irgendwo wird so ein Wahl verkaufen müssen und der wird wahrscheinlich nicht unbedingt im Minus verkaufen, sondern der wird ziemlich sicher dick im Profit verkaufen. Und das verursacht natürlich auch einen Kursrückgang, wo ich nicht der Liquiditätsgeber sein will, sondern am besten Fall schon vorher rausgehen werde. Deswegen bei mir werden auch wieder Take Profits stattfinden. Sobald das passiert, gebe ich natürlich wie immer in unserer Telegram-Gruppe Bescheid. In der unteren Gruppe Meme Coins, da sind wir jetzt schon mit fast 20.000 Nachrichten aktiv. Also freut mich, dass ihr natürlich da immer mitfeuert. Und ich teile dort auch immer meine Entries. Zum Beispiel auch diesen Puff, die habe ich bei knapp 10 Millionen Market Cap reingepostet. Da sind wir jetzt bei knapp 15 Millionen. Der hat auch schon seine 50% Anstieg gemacht. Sprich, das könnte natürlich auch schon der erste Take Profit Grund sein. Ich halte hier noch weiter. Und falls ihr wirklich überlegt, in so einen Coin noch reinzugehen, unter dem All-Time-High kann man es noch machen. Danach bist du halt wirklich in der Preisfindungsphase, die Exit-Liquidität, die in den Coin reinkommt. Schauen wir mal, wird das vielleicht auf ähnliche Preise schaffen, wie zum Beispiel Solama, der auf 120 Millionen Market Cap gestiegen ist. Das wäre jetzt fast noch ein 8x. Schauen wir mal, ich möchte nichts versprechen. Und diese Coins können auch immer direkt auf 0 runtergehen. Und ja, wenn da irgendwelche Wale mit Millionen Dollar Beständen und Profiten herumdümpeln. Gefährlich, einfach aufpassen. Hier noch eine Grafik, die ich noch mit reinnehmen möchte. Und zwar, was uns grob bevorsteht, global und jetzt schon eingeleitet ist, sind diese großen Liquiditätsspritzen. Mehr Fiat-Geld kommt in den Umlauf. Und zum Glück, muss ich sagen, bin ich ja geschützt mit Bitcoin und auch teilweise Gold oder anderen Investments, wo ich hier nicht mehr unter diesem Druck der Inflation leide. Wenn ich mir aber vorstelle, wie viele Leute hier das Problem haben, auf Cash oder einfach nicht auf Assets zu sitzen, die von der Inflation profitieren, sondern dieser Anstieg in den Aktien, wirklich die pure Verarmung wieder der breiten Masse hier bedeutet, das ist schon Wahnsinn. Und hier in China wurden ja im Endeffekt gute Liquiditätspakete geschnürt und in die Märkte inkubiert. Und dort steigt natürlich jetzt der gesamte Aktienmarkt hoch. Auch in den USA haben wir natürlich mit dem S&P 500 nahe dem Altium High getradet. Der Dow Jones ist auch wieder aufs Altium High gekommen oder ganz knapp noch dort in der Region einfach. Das ist im Endeffekt wild. Und es sieht auch nicht so aus, als würde es jetzt anhalten. Mit sinkenden Inflationszahlen oder geschönten Inflationszahlen und vor allem auch Arbeitsmarktdaten, die jetzt ganz wunderbar präsentiert wurden, ist es halt schon extrem wild. Ich denke für Assets wie Bitcoin, die natürlich limitiert sind und nicht auch noch von Wirtschaftsleistungen abhängen, könnte das ja wirklich ein sehr guter Punkt sein. Die Chinesen, die können noch nicht wirklich in Bitcoin reingehen. Auch ein Markt, der 30% des US-amerikanischen Geldmarktes ausmacht, so von der Größe her im Vergleich, könnte natürlich sehr gut sein. Nein, Bitcoin selber pumpt hier zufälligerweise auch mit einer ziemlich ähnlichen Performance. Aber was man hier vergleicht, ist natürlich der 24-Stunden-Chart von Bitcoin. Und das ist hier September bis Oktober rein. Also das ist nicht die 1A-Korrelation. Sieht aber ganz lustig aus, wenn man es auf den ersten Blick bedeutet. Ich glaube auch für Bitcoin wird es langfristig hier eher den Weg nach oben geben. Weil warum sollte Bitcoin sinken, wenn alle Märkte explodieren, wenn die Tokenomics des US-Dollars in den Boden runterrauschen wegen Inflation und Bitcoin hier konstant seinen Weg performt, immer noch das gleiche Asset ist, wie es im Endeffekt schon bei einem Dollar war. Und warum sollte jetzt diese Aufwärtsbewegung und diese absolute Erfolgsgeschichte von Bitcoin enden oder vorbei sein, wo es eigentlich perfekt aussieht und alles in die Richtung Bitcoin Bullrun tradet. Und sollte irgendetwas Schlechtes aus den USA kommen, was Wirtschaftszahlen betrifft, Leute, ihr kennt das, ich kaufe bis hier unten nach. Ich denke mir, es wird wieder massenweise Liquidierungen geben die Woche und dementsprechend bin ich vorbereitet. Der niedrige Hebel ist wie immer euer Freund. Und falls ihr wie gesagt noch eine Börse braucht, wo ihr ebenfalls Long-Short-Positionen eröffnen könnt, hier meine ist jetzt immer noch erst Breakeven, aber wir arbeiten dran, wir warten da geduldig, dann könnt ihr gerne den Link in der Videobeschreibung nutzen. Auf BitGet habt ihr bis zu 8.000 Dollar Einzahlungsbonus für eure Ersteinzahlung als Neukunde. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen können. Auch bei der Börse Levex habt ihr wie immer die Einzahlungsbonus ready, weil in Höhe eurer Ersteinzahlung bei dem Account bekommt ihr einen Gratis-Trade bis 5.000 Dollar. Sprich, ihr meldet euch dort einfach an, ihr zahlt 5.000 Dollar ein und könnt eine 5.000 Dollar Long- oder Short-Position auf Bitcoin, auf irgendeine Meme-Coin, Solana oder sonst was eröffnen. Und alle Profite daraus könnt ihr zu 100% auszahlen. Und im Endeffekt, wenn ihr die Position verliert, ist auch nichts verloren, weil es nur Bonusgeld war. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Freut mich natürlich, Support ist kein Mord. Und dementsprechend wünsche ich euch wie immer die maximalen Profite mit euren Investments. Bis dahin und wir haben uns auf jeden Fall im nächsten Video, Livestream, YouTube-Kommentaren oder in der Telegram-Gruppe. Ich wünsche euch wie immer was. Ciao, ciao. Bis dahin und wir haben uns auf jeden Fall im nächsten Video, Livestream, YouTube-Kommentaren oder in der Videobeschreibung. Bis dahin und wir haben uns auf jeden Fall im nächsten Video, Livestream, YouTube-Kommentaren oder in der Videobeschreibung. Bis dahin und wir haben uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin und wir haben uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin und wir haben uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin und wir haben uns auf jeden Fall im nächsten Video. Vielen Dank.